Flamme-Action Wolfgang macht den Tresen 20 Euro 6 Euro 6 Euro 2 Euro Bist du ein klein student oder was? Für 5? Äh, nie Hab ich immer Okay Ich frag kann mich trotzdem Doch Das ist nicht schlimm Danke Danke Und das hier? Den brauchst du auch? Den kostet 120 Euro Ja Naja, jetzt hab ich mir gleich ein anderes zugelegt Das ist eigentlich auch das Schick Danke. Bitte, bitte, tschüss. Ciao, ciao. Mann, die war. Ah, ah. Ich hab's da von nahe, das war. Ah, das weiß ich gar nicht. Hallo. 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 Hi. Wir sind's. Der macht ja nicht. Äh, der macht ja nicht. Okay, hi, komm. Okay, äh, ja, wir haben hier ein paar Leute. Ähm, oder wir filmen mal ganz kurz hier nochmal das hier, ja? Filmt mal alles, filmt mal, was ihr wollt. Let's just make quickly, ähm, Oh, ja. Should we do ... Yeah, should we do that? Okay. Hier, das ist der, äh. Oh, let's go up. ... ... ... ... ... ... Oh, wie ist er? Ja, Mann. Was ist der nächste Sprint? Ein Teil spricht Englisch. Ein Teil spricht Englisch. Okay. So, so what? So, so what? Okay, die Leute, dann kommen wir von hier. Ja, kommen wir von hier. Ja. Ah, 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 ah. Ja, ja, ja. Ja, aber trotzdem, Mann, kann das nicht handeln, oder was? Mann, was? Wenn Sie jetzt die Nacht hätten, dann hätte es die 120 Euro, dann hätte man nicht runterhalten, wenn man die größten 15 mal schläft, dann würde ich kommen. Aber sie hätte ich nicht mehr. Na ja. Ich bin nicht mehr. 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 Verdienst irgendwann mal Millionen. Ja, ja. Ich bin nicht mehr. Jede Uni-Monten wieder. Die Kurven? 2. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 8. Ich bin schon grünerhaftig. Versteht du. Das ist ja unglaublich. Guck mal, ich wollte auch mal ein paar an den kommen. Ja ja, kommste. Kein Problem, kommste. Okay. Okay. Schön. Und up. Läuft. Und setz. Kamara. Hölle. Okay. Die erste Station bei der wir jetzt sind ist ein Fahrradfahrung. Da der Fahrradfahrung. 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 Ah, das ist das. Was? Das ist der und der. Und der. Und der. Schau mal. Ein Papier abholen. Frankiboi. Der hängt ja schon seit Kisten, ne? Die erste Station, die wir hier sind, ist ein Fahrradwerkstatt und nicht besonders an der Fahrradwerkstatt in Deutschland ist das hier. Non-Stop-Live-Stream. Heißt, wenn man hier reingeht, sieht man schon, Achtung, Live-Stream. YouTube-Live-Stream. Also die Leute werden so direkt gewagt, wenn sie hier reingehen, okay, dann wird nicht live-Stream. Weil er auch tatsächlich non-Stop-Live-Stream. Und jetzt so rein, oder? Vielleicht können Sie, Sie können auch viel von hier zugucken, weil man richtig voll ins Bild gucken. Ach so. Wenn Sie zugucken wollen, können Sie gerne von hier auch gucken. Ich bleibe hier um der Ecke. Okay. Vielen Dank. Ich bin groß. Ich kann nicht auf die Zugucken. Ich bin ja gerade mit dem Bild. Ja, Moment. Ich bin ja gerade mit dem Bild, ich bin ja gerade mit dem Bild. Ich bin ja gerade mit dem Bild. Ich bin ja gerade mit dem Bild, ich bin ja gerade mit dem Bild wie gerade wie auch irgendwo in der mooie Staterialien und da ist es so. Alle거야. Ich bin ja gerade mit dem Bild. Ich bin ja gerade mit meinem Bild. Also das ist ja auch gerade mit dem Bild. Ich bin ja gerade mit dem Bilderem 걱정이 dran! Ich bin ja gerade mit dem Bild vom Bildern im Bildern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, 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 it's weird that she's just that, when I see her, it's better than she's just okay. Okay? So I'll give you the note, yeah? Okay. Is that okay for me? Yeah. Still rolling? Okay. All right. Still rolling. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, let me get the... Okay, wait one second. Yeah, I gotta set up the size. Yeah, I need to get the easy break up. So basically three things and then... Okay? Okay? Yeah, we can get it. Okay. 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 Hello. Hello. Alle verschwunden, alle schon okay. Warum, wie lange, wie reagieren die Kunden darauf? Ja, im Moment, normalerweise, bevor jetzt der Computer zusammen gebrochen ist, sind die. Also, wenn man direkt schon reinkommt. Dann habe ich noch die. Gibt es von heute gerade keinen? Ah, doch, doch. Also, wir sind live. Wir sind live in Miserabend-Stat, Tonqualität. Schade. Weil das absolut impulsiert jetzt. Kommt wieder das Fahrrad hier unten. Schade, aber nee, das reicht absolut. Ist so schlecht, dass nicht mal YouTube das absprechen kann. Ja. Aber es ist danach trotzdem noch ganz normal auf Aufrufbahner, ne? Also, es ist schon abgesteilt. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss doch mal schauen, ob die zur Verfügung steht dann am Ende. Aber dann eben auch wirklich erst hinterher. Wenn ich zwölf Stunden das Ding anhabe, dann brauchen die nochmal zwölf Stunden zum Bearbeiten. Ja. Und jetzt schon mal verkrabeln. Verkrabeln? Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, warum willst du das machen? Ich meine, du kannst die Seite. Ja. Wie beim Fernsehen, Tobi. Ach, wie beim Fernsehen, Wolfgang. Ich habe überlegen jetzt. Jetzt machst du mich so hochmerksam. Vielleicht arbeite ich ja auch für den D&D. Also, die Kameras sind da und da. Okay. So, das ist die eigentliche live-toein. Du bist jetzt in. Sag, Hi. Sup? Und... So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht würde es Sinn machen. Hier. Es ist ein bisschen dichter, ist es? Ist es? Hier. Alles ist dichter. Ja. Ja. Ich meine, es ist nicht so wichtig. Das ist nicht. Wir haben noch eine Maus zu dem Spacest. Das ist nicht. Okay, dann lass uns das da machen. Das machen wir da. Nehmen wir die Kamera mit. Äh... Da, da, da. Da, da. Da, da. Aber man kann die Kamera mitnehmen. Perfect. Die kann man da einstellen. Aber das ist halt gerne eine Livestream-Kamera. Ja, okay. Aber das ist gut. Okay, aber ich muss ein bisschen... Aber das ist dann auch... Brian, ich würde hier so klatschen. Das sieht aus wie... ... diese Installation hier. Ja. Das ist eine Installation. Der ganze Laden ist eine Installation. Ist es? Ist es? Ja. Ja. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... Ich weiß das nicht. Mit der kurvingen Motion. Auf die Seite. Genau. Auf die Seite. Ja. Auf die Seite. Ja. Auf die Seite. 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 Ok. So, dann willst du es mit dem Gimbo? Ja. Dann machen wir es hier. Ich bin hier, hier, hier. Aber ob sie stehen sollen? Ich komme, wo sie stehen sollen. See? Sick. Wie kann man speak? Forward, forward. Right, so... Which direction? I mean, we have a lot of natural life coming this way, but this is a nicer view. So, just come in. But should this stand? Yes. But, I mean, isn't this a... Disturbing? What? What is? This? No, this is not. Probably want to be seen. But I have just the same view. But my father did something like that. I have a bit of a view. And then... But I have just removed. Uh... You just want to... Yeah, you just want to... It's not... I just want to... It's not... That's not... That's not a view. You just want to... You just want to... You just want to... Das ist mein Sohn. Hey! Ich bin Segel. Willst du kurz schauen? Wir drehen heute für YouTube. Was das geht, heißt das hier. Genau, da kannst du auch noch mal danach deinen Vater beobachten. Wie die Hände? Du hast ihn gesagt. Wenn man ein bisschen kenne, ist die Munde mal geguckt. Nicht legal, aber gut. Wie findest du das? Willst du auch einen kurzen Gastaufschritt haben? Ja, er freut sich. Wie findest du, dass dein Papa das beobachtet? Hast du das gemacht? Cool. Ja? Guck! Der ist noch cool, oder? Den fragst du. Ich wohne halt eigentlich direkt gegenüber dem Betreuheitskanal und dachte immer, okay, da muss ein bisschen auf jeden Fall eine Folge übermachen. Wir sind auch, wie gesagt, in so einem Bitkorn-Restaurant um die Ecke und in so einer anderen Pizzeria, die auch live streamt, die Küche. Diese drei Elemente kommen halt in diese Folge. Die heißt Internet-Tribologien und Orten, an denen du sie nicht erwartet hättest. Ja. Mega cool. Bist du der Älteste? Ja. Das ist auch nicht so. Hm? Ja. Ja, das ist auch nicht so. Hm? 20, aber dann, ja. Ja. 20, ja. 20, ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Dann bringen wir deinen Vater dazu, dass er uns eine Quittung schreibt, weil dann 400 Euro und dann kannst du das vielleicht haben, weil dein Vater freindelangt. das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja, du kannst das dann mit deinen Geschwistern teilen. Kümmer uns heute für jeden. Kümmer uns heute für jeden. Kümmer uns heute für jeden. Auch wir Brüder eigentlich. Kein weiß, wie man teilt. Ich kenn das. Ja, das ist ja. 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 Dann ist das. Okay, jetzt hab ich's endlich geschafft. Ich kenn das jetzt. Ich brauch die Quittung. Ich brauch die Quittung, weil ich halt meinen, was dir erklären muss, wo das Geld. Also, ich meine, wozu musst du 100 Euro ausgeben? Ich muss nicht ausgeben, aber ich hab dafür Budget und wenn ihr euch die Zeit nehmen, dann so nicht. Ich hab von, das ist einer der größten Internet-Apps in der Welt. Und die haben Geld. Und ich darf damit was machen. Und ich freu mich, dass Leute bekommen, die die immer schon anschauen können. Und ich kann auch. Ja, why not. Guck. Gut. Ja, oder so. Andere Kameras vielleicht. Neue Websites. Na ja, nur neuer als GoPro 4 und 5 hinter. Also, wenn du mit Rechnung schreiben kannst, können wir auch 200 draus machen. Nein, richtig. Na gut. Tschüss. Das wird überschätzt. Geld wird überschätzt. Ja. Jawohl. Ich will sie doch hier mitbauen. Mieter? Ja. Ja. Ja, gut. Okay, Leute. Alles klar. Okay, das ist alles klar. Ich will sie hier mitbauen. Ich will sie hier einstellen. Was ist das? Hier auch noch. Let me just see two people around here. So. Ja, dieser Laden erfordert Umsicht. Let's just go with the micropods. Yeah, sounds good. Okay. So I'm going to be here and they're going to be here. Should we mark the... Okay, I see, I'm going to see all of this. Behind. Can you stand here? Hey, come on. Can you get to down from outside? Genau, richtig. Schön zwischen euch. Wo, Sylvie? Ich bin hier. Ach, da bist du. Why are you... Wait, camera. Um... Okay. Achso, das ist leider. Ich bin von Litz, die Post. Fabio, kann ich nicht, like, just go one meter further? Ja, sure. Ja. Aber es ist weird. Es gibt keine Position für sie mehr. Ja, hier. Es sieht gut aus. Ja, das ist... Ich liebe es. Es sieht gut aus. Ja, das ist gut. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja. Ja, da bist du ja. Okay, auf das Grinsen noch was haben. Hey, du brauchst dich weh. Sorry. Noch einmal? So that's the shot. Amazing. Amazing. Amazin. Amazin? I need the easy way. Oh, damn. Oh, getting professional in your way. Okay, I'm probably going to get stuck in some bicycles. I want some decoration. I don't know if this is going to work. You can just go a little lower yourself. Oh, open your leg. Oh. You open it. You open it. Yeah, cool. Ciao. Okay. Does that work? Yeah, work out. But you can also go... No, this is not going to work. No? Okay. Take it off. I'm going to end up crashing against everything. Yeah. I know me. Okay. So maybe next time? See, no. And this is why we're wrecking. Oh, hi. Uh, yeah, it's okay. I can just... And hold it. It's fine. It's not so heavy. I mean, it's not the same thing. Sure, no, but to make it... To get it stable. It's better. It's not about the heavy. Okay, I see. No. It's a little heavy. It's a few kilos like this. If you stand like that for a long time, it gets... Yeah. Yeah. What do you want me? Um... Do I want you? Um... It's our... I'm going to take over this... All this space here. Yeah. Show us the side of... Yeah. Because we haven't... Yeah. Somewhere there? Yeah. Yeah. Okay. Let's wait. First, let's... Should we do one of her just walking in? And saying hi... To them? Like... How... Like... So everyone needs to go outside? Everyone needs to... Yes. Everyone can go behind me. I can do like a... Just one coming out. If that could... But then... And then one... And then yeah, and then we can cut. And then I can just have one of me arriving here and she walking towards him. Like he's coming from the boxing and she's passing right through me and... Yeah. Okay? Yeah. Also Sylvie kurz... Ich soll jetzt reinkommen. Ja, genau. Erstmal reinkommen und dann drehen wir aber noch eine Szene... Also dann machen wir Cut. Und dann drehen wir noch eine Szene... Wie aufeinander. Ich stürze sozusagen. Clash of the Titans. Also komm ich einfach nur rein und steh mich dahin. Ja, genau. Aber dann muss ja... Also ich muss ja schon was machen, oder? Ähm... She... 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 Yeah, but not on the... Not on this one, right? One of her walking in... Yeah, we can speed it up or cut it in. Cause it's good to have some... 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 Um... Füll Material. Okay? Okay, we need to go behind there. Hold it, hold the two. One second and I just need to... Oh, yeah. Meine Kälte sind da. Meine Kälte sind da. Ist das okay? Die Kälte sind da. Die Kälte sind da. Ich bin da. Ja. Ja, das funktioniert. Ja, genau, aber das verschiebt sich leider immer noch. Ja. 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 All right. All right. Love it. All right. So. Everyone just go behind me for this one. Why don't we just like go here? No, no, no. I'll probably see you there. Just go in there. In the corner? No, just in there. In the room for this thing. Ah, okay. Okay. Then he's coming down the stairs anyway. Ah, okay. So we should go here. Ja, just stay there for now. So you're coming down the stairs maybe say hi to this one. Ah, okay. And then walk in, yeah? Yeah. In the seats. There we go. Achso. Wow. Yeah, genau. Oh, it's not the same thing. No, it's broken. No, it's broken. No, good. Well done. Great, it's pressed it. It's pressed it. Um, shh. Yeah. Okay. Ach, Wolfgang, hallo. Schön, dass du da bist. Na, wie geht's? Dein Handschlag holt noch an. Hey, Wolfgang. Wolfgang, komm her. Verstehst du die, Wolfgang? Komm, Wolfgang. Wolfgang, du musst dich da hinstellen. Wolfgang. Ja, genau. Wolfgang, du musst dich da hinstellen. Wolfgang, du musst da hinstellen. Guck mal. Hande da. Da. Vielleicht da in die Ecke. Fall nicht hin. So, kann das noch ein Bild sein. Kann das eigentlich hier. Genau. Ähm. Machst du mal was? Wolle. 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 Ja, schön. Schon quasi da. Wolle. 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 Noch eins. Noch eins. Okay. Ja. Einfach auffahren. Wolle. 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 Oh, das ist es für ihr das Mal. Oh, geil. Wolle. Das ist geil. Wie teuer ist es auch? Wolle? Wolle. Oh, schade. Wolle. Wolle. Ja, genau. Wolle. Wolle. Gγοen. Stimmt. Props. Ja. Wolle. Ja, haben wir. Okay. Okay, great. Du willst den Schubbilder sehen? Ja, bitte. Es ist ein bisschen zu cool, sogar. Ja, mach das schlechter. Einmal bitte, nicht so schön. Okay, jetzt gehen wir hinter uns. Alle jetzt dahinter, jetzt findet das hinter hinter. Wollt ihr alle wieder nachdenken? Genau. Wenn das was war, dann soll ich nicht die Spur was hier. Wollt ihr schon, wie du das alles einleitest? Wie lange 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 einleitest? Einleitest. Hey Thomas, danke. Also, hey, hey. Danke, dass du Zeit hast. Du solltest auch dein Platz haben. Du solltest auch deine Arbeit machen können. Ich frage jetzt mal, warum? Ja, aber du kannst sagen, du bist einfach aufmerksam geworden und fandest das voll cool. Voll verrückt. Ja genau, verrückt. Das ist meine erste Frage, die du mir dann stellst. Jetzt oder so. So, können wir die Positionen sehen? Ja, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Okay. Love it. Ja? Ja? Ja. Ja, das ist gut. Es 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 ist gut. sphere. Ja. Ja, ich gucke euch immer nicht auf den Augen zu bleiben. Oder wir flachen. Wie lange, wenn du dich an den Augen zubezogen hast. Es fällt einfach auf die Kamera um. Genau. Sie gucken sich nicht auf die Kamera. Ja, sondern schauen sich mit denen Sie an das mal. Aber es hilft auch immer mit den Kabernern zu sprechen. Okay? So gut interagierst du mit den Zuschauern, manchmal hilft das, dass man sich nicht zum Mitteln und Ehren nicht ganz abgibt, okay? Softer. Okay, so, but... Should I come in? Yeah, you come in, yeah. I'll come in with you. Okay. Yeah? Just from there. Just to mind my position. Yeah, that's good. Fuck you all. Yeah? Okay, I'm rolling. Rolling. Me too. Du, klatschen. Ja. Cool. Und... Bitte? Hallo Thomas! Schön, dass ich da sein darf. Ja, bitte. Sehr lieb. Tommy. Der Rest für Familie. Auf alle Fälle ein mega spannendes Thema. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das ganze Arbeit ist, aber ich würde sagen, so der Hauptgrund, warum du das machst, ist, weil es einfach super viel Spaß macht, auf YouTube Dinge zu teilen und es ist auf alle Fälle auch was, was den Laden sehr besonders macht, finde ich. Das ist okay. Ja, ich bedanke mich auf alle Fälle für deine Zeit. Bitte. Dankeschön Thomas, dass ich da sein durfte. Kein Problem. Und vielleicht komme ich den nächsten Mal wieder vorbei und biege mal dein Nice Tree. Oh. Jetzt mal biegen wir. Top! Cool! Great! It was amazing. That's good. It was really, really good. Can I get some reactions of just... Okay. Yeah, can I... Actually, maybe they can just talk a bit and just get some... Could you talk a little more? Ja, quatscht einfach irgendwas. Ja, nur einfach... Das ist wie... Ja, genau. Das ist wie ein paar Bilder von dir. Ein paar Bilder von dir. Genau. Genau. Ah, nur, dass ich so... Ja, ja, genau. Das stimmt! Aber guck hier nicht so. Jetzt ist es so. Ja, so ist es besser. So? Also, muss ich da hinzunehmen? Nee, guck hier. Nee. Ja, aber die Leidung ist ein bisschen shit. Okay. Okay, komm. Oder nur reden wir. Aber wenn jemand dritten lesen kann, ist das ja auch doof, ne? Weil die wollen nur meine Reaktion quasi, dass ich nickele. Ja, ja, ist schon klar. Ja. Dann erzählen wir mal rein. Achso, nee, du sagst nicht, dass ich das jetzt erzähle. Ich muss heute erzählen. Ja, und wie finden wir heute? Das ist doch total ein Schuss direkt hier, oder? Ja. So viel reden wir jetzt. In diesem Jahr. Das sind wir gar nicht. Die Teile, die was denn mit für den Sommer, sag mal? Das ist ja schon herz, oder? Das ist ja auch so ein bisschen herz, oder? Das ist ja auch so ein bisschen herz, oder? Ja, das ist ja auch so ein bisschen herz, oder? Mit von Rechnen sind wir heute jetzt. Ja, machen wir jetzt. Ja, machen wir jetzt. Das ist ja auch immer wieder langsam. Aber das ist doch da. Ja. Ja. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ich meine, da ist auch noch eine. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? War das gut? Ja, ja, ja. Ich hab die ganze Zeit nur genickt, hab ich das Gefühl. Ja, du hast ja. Wolltest du merken? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, mach ich dir? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ich hab mit Kopfler hier… Ja, ich hab das Gefühl, aber… Ja, ich hab das Gefühl, der ist ja auch einfach nicht zu. Ja, das ist gut, aber das ist… Der ist nicht nur mindsetisch. Okay. Um, are you finished with the reaction stuff? Ja, we're good. We're good, we're good. Okay, dann lass uns doch jetzt kurz eine Quinto machen. Du, deine Quinto. Du willst das Geld bekommen, ob du es magst oder nicht, Sonny boy? Open your mouth, they need it! Hier ist das Geld! Ich habe das Spitz, aber ich weiß nicht, ob sie Bier wollen. Spitz? Pils? Bier? Nein, nein, nein. Faksa! Stimme mit dem Ana! Tun ist afohl! Tun ist nach vorne! Da auch an der Kamera ist ein Ding wieder. Ja, und ja, ihr habt jetzt dafür, dass wir da was 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 ist... Pulsiv, wir haben hier, das ist gut gesetzt.. Soll ich auch mal eine Reaktion auf der Figur? Vielen Dank. Willst du die Kamera auf? Fabian? Ja? Oh, du hast die Kamera? Ich habe die Kamera, Mann. Oh ja, du hast den? Ja, wir müssen die Kamera aufbauen. Wir müssen die Kamera aufbauen. Die Kamera aufbauen. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie hat er 10,000? Ich weiß nicht, wie es das war. Ich weiß nicht, wie es das war. Das war super-green. Das war 10,000. 3,2 war es. Das war gut. Du hast die Bilder gemacht? Ja, diese Bilder. Und diese Bilder? Die Bilder? Die Bilder? Die Bilder? So bright! So we're packing up? All right, we're going straight to the... To the top. Can I just go to your house real quick and get a cable and put the two batteries to charge? Yes. Yeah? I guess we're shooting 4K so the batteries are... Yeah, let's get the V-tab. Are we shooting everything in 4K? Yeah. 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 I mean... With the guy that was... I forgot his name... Max? The guy that was editing, he said it's better... Ah, yeah, sure, so we can do meds and stuff. Yeah, I don't... I'm not sure if I like that idea with it. What? Of fucking up with my shot. This is your shot. No, that's yours. Oh, yeah, no, but I mean... You're... You're... You mean, work yourself? Dann wird's hart und herftig und danach. An die anderen Seite? Und diese Seite. Und dann habe ich die vor irgendwie ein Jahr inzwischen gekauft. Vielleicht ist die. Vielleicht ist die. Und jetzt ist die, die, die einfach gerade gefeilt hat. Ja, oder? Die wirklich fast zu lang. Ich habe mir einfach angeguckt, dass es überhaupt irgendwie für Akkord zu kommen ist. Ich habe mir einfach gemerkt, dass es die Seite hat, dass ich es gut erholen konnte. Oh, shit, ja. Kann ich die Beine holen? Ist es da? Oh, hier. Es ist hier. Warte. Aline, ist da ein Beine? Okay, ich brauche es. Danke. Ist es yours? Ja, das ist von Warte. Von Warte. Das hier? Ja. Für den LED. Für den LED. Für den LED. Ja. 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 Ja, ja. Und Brian hat vieles Sachen gemacht. Hier. 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 Ich kann es chokinganzieren. Los, das kannst du mitmachenst. Ach, abholt die Usage. Der Boxing Bay. Dann habe ich nicht den. Ja. Der war hier. Der war hier. Aber von den anderen. Er war hier. 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 Vielen Dank. We're taking the cab now? Yeah. I mean, you just wanted to go in, right? Yeah. We're doing that and then after. Okay. Yeah. Yeah. You can do that. Okay. Do you need help? I don't know. It's fine. I need to have stuff here. I like this place just as a... Like a general interest place. Like a documentary place. Huh? Like a documentary place. Don't. Don't. Has it to me? Don't. I don't have a lot of water here. Is that good? I never heard about it. I don't have a lot. I'm not special enough. Oh, Brian. Don't make me quiet. I don't get the curtain. No, I'm not fucked up. No, I'm not fucked up. No, I'm not fucked up. Fucked up. I'm gonna light up. I'm actually excited to do some stuff with the... From Riga. I'll just check my messages. My friend of mine has a GH4. If I'm not, I'm not a dick. I'm not a dick. I'm not sure you are here. I'm not sure. No, man, I'm not sure. No, man, I'm not sure. You're gonna get the brilliance. Oh, dude. You're not sure. Oh, yeah. Um... Yeah, 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 yeah. You can't see the pink sky? Um... das war das interview mit einer ganz berühmten youtuberin kannst du die aber ich kenne ja nicht zu sagen die meinen berühmt oder so richtig genau ich kenne ja sowieso kaum jemand kannst du mal sehen wie berühmt du bist kennst du den wolfgang auch der ist ja der richtig berühmt der sich für die wollen wir dran habe ich mir jeden tag an der wolle aus dem fenster guckt dann guckt da hoch alle anderen heute kennt auch alle er ist mit seinen zuschauern auf jeden fall wo der wolle ist er sei schon mal die zuschauer am sturm in berlin jetzt gerade klein war die fenster ich mach mal aus